Ja, mein Name ist Nana Lifestyler Domena, ich bin hier auf der Art Fair in Kombination mit der Bloom und bin gespannt, wie ich heute vor die Kamera bekomme und was ich hier alles sehen darf. Habt viel Spaß mit dem Film. Mein Name ist Andreas Lohhaus, ich bin Co-Direktor der Art Fair, der Messe für moderne und aktuelle Kunst. Jetzt dieses Jahr im 13. Jahr. Die Besonderheit der Art Fair ist, dass es eben Kunst für viele Menschen ist, das heißt keine Berührungsängste, man kann sehr gut vorbeikommen, sieht sehr hochwertige Kunst aus allen Preislagen, ist sehr modern, sehr stylisch. Mein Art expresser Mensch und Natur. Mr. Jörg Schaub ist voll aus äsotischen Farben, ihr könnt es sehen. Auf solchen Messen zu sein ist wirklich sehr wichtig, weil man hat hier ein extrem vielschichtiges und großes Publikum. Da ist wirklich von jung bis alt, von Punkrock bis super rich alles dabei und so kann man sich sein Publikum finden. Also wir haben hauptsächlich Pop-Serialisten sowie Street-Art im Angebot, auch viel illustrativer Art und haben uns auf diesen Sektor ein bisschen festgesetzt, der auch im Low-Brow reingeht, also so wie die Skulpturen hier zu sehen sind. Ja, wir hatten eine fantastische Vernissage, das ist ja auch immer ein gesellschaftliches Ereignis, die Damen übertragen High Heels, die Herren tragen ihre Anzüge und was vor allem war, es wurde wieder fantastisch Kunst gekauft, also für die Galerien hat es sich gelohnt und auch für alle ausstellenden Künstler, deswegen sind wir total happy. Ich suche einfach letztendlich immer wieder neue Inspirationen und da ist natürlich die Art Fair hier in Köln eine super Plattform, um neue Inspirationen, neue Kontakte zu knöpfen, um dann auch vielleicht auch nächstes Jahr hier selber mit dabei zu sein.